Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Wait, 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 Warte, 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 es muss Lisa sein Viele Monate später Also es ist eindeutig Lani Ja, es ist Klaudia Das ist Lani Hä? Ganz eindeutig Also Jaja, ich war's Klaudia, wir haben das gleiche gesehen Wir haben das gleiche gesehen Da stand ich da Ich hab mich in die Ecke gedrängt Weil ich eine hatte gekillt zu werden Und plötzlich fällt der Danny um Der fällt einfach um Der fällt einfach um Ich glaub der ist unbüchtig geworden oder so Also ich hab's nicht Klaudia Ja, Lisa Ehre auf Warmer Fall ist das hier Liser Ehre Nein, 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 nein Raus mit dem Schmutz Es kann doch nicht wahr sein Ich wurde an dem Karbing getötet Was bist du eigentlich für eine Klaudia? Ja, lass mich immer erst getötet Mann, Heiko! Claudia, jetzt sind sie aber... ... immer... sorry. Hm. Hm. Ja. Ist das bei dir gerade auch so verwandten bei mir? Nee. Also unsere Körper? Ja. Wir hatten die letzte Aufgabe. Ich nicht. Ich habe alles. Ich habe... Ich habe noch meine... Wo seid ihr denn bitte? Ja! Ja! Wenn du wüsstest... Wenn du wüsstest... Ey, woher wusstest du, dass ich da bin? Ich habe mir gedacht, vielleicht ist da oben... Oh Mann! Da wollte ich einmal schlau tun. Ja, ich bin jetzt da oben... Ich bin jetzt da oben. Der hier oben... Und... Warum wusste ich das? Ich laufe jetzt einfach mal mit Claudio. Okay. 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 Okay.